so leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen folge täglich zockt das moment hier heute wie angekündigt mario kart online diesmal leider alleine schade ich vermisse den betrug mit joss ist immer lustig so leute erste runde lieblingsstrecke also von der auswahlmenü aus hier perfekter superstart ist schon mal da genau wie mein lecker controller hier leute ich fange ziemlich dicht an jetzt ob er hegel gab Okay, spiel? Muss man das verstehen? LOL Lucky Nee, bitte nicht Idiot, Alter Karma, komm Noch ein Karma Auf deinen Hüdern, Alter In der Luft Ehre genommen Sehr nix Ein Doppel-Atem bekommen Das ist vermiss Ich glaube, kann ich das nicht nach unten bleiben Okay, ist besser Wenn Karma kommt Ja, genau Wirf das nochmal nach hinten Ich hasse diese Leute, ne Die sowas nach hinten werfen Das ergibt überhaupt keinen Sinn Okay, 3-P2, nice Oh, nee Vierter Okay, das kann ein guter Platz werden Und auch ins Ziel geschleudert worden Mein Gott Siebter So ein Betrug Was zum Teufel So Leute Neue Runde, neues Glück Und auf dem Regenbogenboulevard Ich habe keine große Hoffnung Das muss ich ganz ehrlich sagen Der Regenbogenboulevard So denkt So 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 200 Prozent Glück in den Kammern was soll man machen auf dem Hügel 8.9 heute zehnt er irgendwas mit. Oh ne da kommt es noch ein altes Box ich sagte diese Boxen bei mir Der größte Müll, den es gibt. Letzte Runde. So, jetzt müssen wir mal Glück haben. So, jetzt geht's. So, jetzt geht's. So, jetzt geht's. Weiter. Erste. Okay, Spiel. Anzeige ist raus. Ich hab die Stauze voll. Ach, lass. Ich hab jetzt. Ach, che. Aber das wäre so gut. Ich hab Fluch. Ich hab die Stauze. Ich hab' auch nicht. Oh, ich hab's. Oh, ja, ein Staphy ohne Vorwarnung. Betrug ist ja, Betrug Ach klar Bananen auch noch, Bananen auch noch Klar War mir klar Elfter Elfter So Oh Leute, Unblick Neunter Okay, jetzt, jetzt, krass Uh, Sechster Ja, gut Ja, gut Ja, gut, das geht ja noch So Leute Eine Bonusrunde gibt's noch Ich dachte mir Komm, da muss noch mal was Gutes her Mal wieder nur zufällig So schöne Runden zur Auswahl Und dann zufällig Hier ist nicht nur eine einzige Runde Also eine Strecke, die dir gefällt Und wenn die nicht dran kommt Zufällig Okay Ja, scheiße Zufall Sechs Zufall 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 Dann fällt sie tatsächlich rückwärts runter Wenn man zu blöd ist Um hier Lüge zu machen Nütz Aber das ist die Safe Mit deiner Händen Für mich, das von mir Um Begegnügen Zufall 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 Bis es ist die System Zufall Zufall Elfter! Elfter ist klar! Zwölfter! Noch besser! Ein Stern. Das ist Elfter. Oh, das kommt dann noch nicht das. Der vorbei. Okay, ich bin auch voll. Noch ein Stern! Ich bin auf allergrößten Niveau. Fünf, zehnmal. Kein, alter. Ich wurde wieder von nichts getroffen. Elfter? Zwölfter. Was soll ich mit dem Stern? Was soll ich mit dem Stern? Ja, gut. Bitter. So, Leute. Es gibt noch eine Bonusrunde. Denn so ein Beschiss wie letzte Runde, das kann ich nicht durchgehen lassen. Diese Runde läuft. Ja, kommt dann mal mit an. Komm mal. Räder. Erster. Jo, ich muss nur ins Ziel fahren. Alles klar. So lange wir alles perfekt fahren. Und wir behalten. Ich mach mal ein Loch rein. Alles mehr drauf getan. Los. In der Luftfahrt meiner Bahn an. Zum Leben, ich hab jetzt kein Loch halten, ja? Wenn nicht der Rot-Shell kommt, dann bin ich gar. Ah, scheiße, nur das Einzel-Alfen kommt, ja? Die Münze. Leute, ich gelaufen kann mein Spiel. Das Problem kommt gleich. Sind auch nur Einzel-Boxen? Oh, nee. Bitte nicht. Bitte nicht, Leute. Bitte nicht. Doch. Das ist gewesen. Das ist ein Doppel-Box, natürlich. Ich denke, ich bin ein Block-Alfen. Nee, kass. Boah. Eine Hupe. Und da kommt er, Leute. Live im Video. Nimm das, du Sack. Der muss wieder haben. Okay. Das ist geil, Alter. Jetzt kommt ein Google-Titel. Die Runde ist hoch. Jetzt ist die Runde. Aber, Leute. Das ist Mario Kart. Ähm, Lifestyle. Jetzt kommt Pusche. Jetzt kommt Pusche. Oh, ja, das ist entspannt. Ich denke mal wiederum. Okay, das ist Rutsche. Ein Block-Item, aber das ist nicht so gut. Also, in der Pusche. Dann ist alles perfekt abgefallen. Was? Wie habe ich den Doppelkasten? Oh, oh. Leute. Es kommt. Es kommt noch einer. Unbegreiflich. Es kommt noch. Ich hätte schon wieder nur ein Item bekommen. Und ein Blitz. Der darf nicht fehlen. Ey, wir sind immer noch Erster. Leute, wir sind Erster. Let's go. Let's go, Alter. Let's go. Unglaublich. Das ist so geil. Nochmal neu. So, Leute. Dann sagen wir mal, das soll es für heute gewesen sein. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt, täglich zockt das Murmeltier. Ciao. Drop it. Yeah.